Spannung liegt in der Luft und Shanghai freut sich auf das heutige Event der GRID World Series. Was erwartet uns hier, Kristen? Ich werde dir heute keine große Hilfe sein, Alex, denn mein Blick ist an das GRID gefesselt. Es ist eine gewaltige Veranstaltung und ich hoffe, es geht gleich los. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und das gibt's nur hier bei der GRID World Series. Wir werden nah dran, aber kontrolliert gefahren. Das nenne ich herzlich. Unser anderer Wagen hatte eine Kollision. Ich freue mich. 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 Wir schiessen eine letzte Runde. Christen was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harpen Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind gibt es anderem Potenziell in Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Nicht mehr lange und wir werden wissen, Wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.